Hallo, heute sind wir mit wir in Stuttgart, im kleinsten TV-Studio in Stuttgart-Büßnau, bei Achim Glück. Zuerst mal Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch mal erleben darf, dass das echte, richtige Fernsehen mal zu mir kommt, vor Weihnachten noch. Das war uns wichtig. Anmerkung der Redaktion, die heutige Sendung wie in Stuttgart wird etwas anders und ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite Achim Glück, ein Satiriker oder Komiker, was auch immer er macht, es ist sehr lustig. Auf der anderen Seite wird es sehr weihnachtlich mit einem wunderbaren Knabenchor. Viel Spaß. Wir sind in der Markuskirche in Stuttgart-Süd. Der Kollegium Juvenum Knabenchor tritt hier regelmäßig auf. Wir dürfen bei einer ausverkauften Aufführung dabei sein. Wir hören gleich das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Geleitet wird der Knabenchor von Michael Czullow, der uns seine Arbeit etwas näher bringt. Den Knabenchor-Kollegium Juvenum Stuttgart gibt es dieses Jahr seit 26 Jahren. Der Knabenchor besteht aus knapp 200 Sängern in allen Altersstufen. Das heißt, wir beginnen schon im Alter von fünf Jahren mit der musikalischen Früherziehung Vokal. Dort wird schon viel gesungen, viel Rhythmus gearbeitet. Und dann geht es weiter über die einzelnen Chorstufen. Beim Kollegium Juvenum handelt es sich um einen ökumenischen Knabenchor. Diesen gibt es seit 1989. Hier werden viele der Knaben ab dem fünften Lebensjahr selbst ausgebildet. Sie bleiben dann meistens, bis sie 25 Jahre alt sind, im Chor aktiv. Ich bin beim Chor selber dabei seit sieben Jahren. Ich leite den Chor hauptverantwortlich seit zwei Jahren. Für mich ist Knabenchor schon seit meiner eigenen Knabenzeit etwas ganz Wichtiges. Ich habe selber im Knabenchor begonnen, habe dann in verschiedenen beruflichen Stationen im Knabenchor gearbeitet. Das Kollegium Juvenum, das ist das Besondere für mich hier, hat eine sehr familiäre Atmosphäre. Es helfen alle mit. Die Eltern sind stark involviert und engagieren sich. Die Knaben sind sehr motiviert. Die Männer, die dabei sind, die helfen auch, wo sie nur können. Angefangen von Plakataktionen für dieses Konzert. Die stellen dann die Plakate in der Königstraße auf, machen den Aufbau für das Orchester und für den Chor. Also es ist sehr viel Engagement da. Und ich finde, das hört man auch und das spürt man auch. Und das macht mir wirklich riesig Spaß. Also die Stimmen werden geschult. Und am Ende ihrer Knabenchor-Karriere oder Knabenzeit sind sie dann im Reisechor oder im Konzertchor. Dort dürfen sie dann auf die großen Reisen mit. Und nach dem Stimmwechsel, dann kommen sie meistens wieder und singen im Männerchor. Und deshalb haben wir auch so ein buntes Bild im Knabenchor. Wir sind ein gemischter Knabenchor, also mit Sopran, Alt, Tenor und Bass. Wir geben Ihnen jetzt einen kleinen Vorgeschmack. Am Ende der Sendung zeigen wir Ihnen dann einen längeren Ausschnitt aus der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Aufgeführt und live mitgeschnitten in der Markuskirche beim Konzert des Collegium Juvenum. Nach nur ein paar Spots gibt es aber erst einmal mehr von unserem heutigen Gast Achim Glück. Dranbleiben! Regio TV Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin seriös, deswegen darf ich auch diese Ansage machen. Im Programm von Regio TV geht es jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe von Wir in Stuttgart. Heiko Volz trifft heute den schönsten, erfolgreichsten, talentiertesten Radiostar der Welt. Achim Glück in seinem kleinsten Studio in Stuttgart-Büßnau. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung und Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Guten Abend! Achso, du willst jetzt wissen, warum ich verrückt bin? Was du Verrücktes machst? Ja, ich mache mich hauptsächlich so über die Medienbranche, über das Fernsehen, die neuen elektronischen Medien, das Internet lustig. Und du bist ja ein alter... Aber ist das live? Natürlich, wir machen nur live, nur live. Immer live, ungeschnitten und live hier in Stuttgart-Büßnau. Du bist ja ein alter Hase der Medien. Du warst beim Radio, du hast auch Dinge erfunden, ganz spannende Sachen. Musikteppich im Verkehrsfunk. Ja, worüber keiner spricht, ja. Es ist noch nicht offiziell anerkannt worden. Zum Beispiel bin ich der Erfinder von Musik im Verkehrsfunk in Deutschland, ja. In Deutschland. Die Amerikaner, die machen das ja schon seit 80 Jahren. Und du seit 1980 ungefähr? Äh, nee, seit 1900. Also Radio mache ich seit 1989. Oder habe ich es gemacht, ja. Das kennen wir ja, Verkehrspunkt, der war oft immer ewig minutenlang, besonders freitags, ja. Wenn der Eichelberg auf der A8 uns in Fahrtrichtung, was weiß ich, entgegenkam, habe ich einfach mal ein Musikteppich, also ein Instrumentel unterlegt. Und das hat damals in Deutschland noch keiner gewagt, weil der Verkehrsfunk und Nachrichten waren schon immer eine heilige Kuh. Und da stand der Programmchef mit roter Birne im Studio und hat mich angebrüllt. Achim, wir sind live. Ach so, ja. Mach das sofort wieder aus, ja. So war das. Heute macht es jeder. Früher war alles schlechter. Und du machst fast jeden Tag, machst du einen kleinen Film, einen kleinen Video. Du hast auch eine eigene Show, sehe ich hier. Ja, da habe ich den Radiopreis. Das langweilt mich, ich bekomme ja jedes Jahr den Radiopreis. Du bist das. Ja, verabreicht und das kann man dann auf YouTube sehen. Meine Damen und Herren, der deutsche Radiopreis 2015. In der Kategorie der Show wieder. Echt wie all die Jahre zuvor an den wunderbaren... Weißen Maasai, Achim Glück. Schönen guten Abend. Ich freue mich. Das war schon die erste und die zweite Lüge. Und das in einer Sekunde. Das kennen wir normalerweise nur von den Privaten. Heute feiert sich die Branche mal wieder selbst. Stell ich mir gar nicht einfach so einfach vor, selbst wenn man so viele Preise gewinnt, davon leben zu können. Wie machst du das? Das geht gar nicht. Du weißt ja selber, der Medienbranche geht es sehr schlecht. Selbst als Profi hat man es heute nicht so leicht gemacht. Nee, nee, nee. Das stimmt. Das ist sehr schwer. Also gut, wir sind live, aber wir können trotzdem was rausschneiden. Machen wir nicht. Das stimmt. Nee, nee. Okay. Ich finde RegioTV gut. Aber wir haben auch richtige. Jetzt nicht vom Programm her, sondern weil das halt ein Sender ist, der noch lokale Berichterstattung macht. Das wäre ja eigentlich die Aufgabe von meinem Haussender, dem SWR, der hat ja auch vom Land den Kultur- und Bildungsauftrag bekommen, liebe Hauptschüler, dem wir aber schon lange nicht mehr nachgehen. RegioTV macht das ja noch. Das ist noch ein Scherhaus. Ich weiß es. Ja, und das war es heute schon wieder. Heute, wie gesagt, aus dem kleinsten TV-Studio in Stuttgart-Büßnau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Die Ausatmung. Die Ausatmung. Die Ausatmung. Die Ausatmung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächste Woche bei Bien Stuttgart ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017